Hi Männer, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Heidegger TV. Und zwar, ich begrüße euch den Kenneth, der kommt vom Bodensee. Ja Kenneth, was hast du dir denn heute ausgesucht? Was hast du für eine Frisur-Gedanke mitgebracht? Worauf hast du Bock? Ja, ich hätte gerne die Frisur von Brad Pitt aus dem Film Fury. Cool, auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Hast du ein Foto mitgebracht? Ja. Da seht ihr dann nochmal das Foto. Die Brad Pitt Fury Frisur ist sehr, sehr hart im Kontrast, also gegenüber dem Oberkopfbereich und dem Seitenbereich. Die Seiten werden eigentlich ohne Aufsatz, nur mit Maschine komplett hochrasiert, damit das Decker im Kontrast zu den Seiten extrem lang wirkt. Und ich habe da mega Bock drauf. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Lasst euch wieder überraschen und wir legen jetzt mal los und dann sehen wir uns später. Bis nachher. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020